Hey, wie geht's? Ich erkläre euch in diesem Video die erste Mendelsche Regel, also bleibt dran. Die Mendelschen Regeln wurden von Gregor Johann Mendel entdeckt. Er war ein Priester und machte die Entdeckungen bei Kreuzungsversuchen mit Erbsen im Klostergarten. Bevor wir starten, gibt es aber noch ein paar Begriffe zu erklären. Der Phänotyp ist das, was ihr sehen könnt. Ein klares Beispiel ist, dass es zum Beispiel schwarze und weiße Kühe gibt. Das sind zwei unterschiedliche Phänotypen. Der Genotyp sind alle Gene von einem Organismus zusammen. Das heißt, der Genotyp umfasst die gesamte DNA. Ein Allel ist eine Variante eines Gens. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel ein Allel für schwarze Haare haben könnt und auch eins für blonde Haare haben könnt. Das wäre dann der Genotyp, da ihr ja beides habt. Der Phänotyp bezeichnet dann das, ob sich nun das schwarze oder das blonde Allel durchgesetzt hat, also ob ihr jetzt schwarze oder blonde Haare bekommen habt. Und damit wären wir auch schon bei den nächsten beiden Begriffen. Dominant und Rezessiv. Als dominant bezeichnet man das Allel, das sich weitestgehend durchsetzt. Wenn ihr in unserem Beispiel jetzt also schwarze Haare habt, dann ist das Allel für schwarze Haare das Dominante gegenüber dem Allel für blonde Haare. Und das Allel für blonde Haare ist das rezessive Allel. Alles weitere erkläre ich euch dann im Verlauf des Videos. Ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten männlichen Regel. Die heißt Uniformitätsregel. Wie könnt ihr euch das nun merken? Ganz einfach. Beim Militär tragen ja alle dieselbe Uniform und sehen dadurch alle gleich aus. Und was hat das mit Bio zu tun? Naja, auch das ist ziemlich einfach. Hier seht ihr den Anfang eines Kreuzungsschemas. Und wir kreuzen jetzt genau wie Gregor Mendel damals zwei Erbsen. Hier habt ihr die erste Generation, die P-Generation, auch Elterngeneration genannt. Und wir kreuzen jetzt eine rote mit einer weißen Erbse. Das sind die beiden Phänotypen, also rot und weiß. Wichtig ist, dass wir in unserem Beispiel einen dominant-rezessiven Erbgang haben. Das bedeutet, dass das eine Allel dominant gegenüber dem anderen ist. Es gibt nämlich auch Erbgänge, bei denen beide Allele gleich stark sind. Das nennt man dann einen intermediären Erbgang. Also zum einen ist es wichtig, dass wir einen dominant-rezessiven Erbgang haben. Und zum anderen müssen beide Individuen in Bezug auf das Merkmal, welches man betrachtet, rein erbig sein. Rein erbig bedeutet in unserem Beispiel, dass die rote Erbse nur Allele für rot hat und die weiße Erbse nur Allele für weiß hat. Bei Organismen mit doppeltem Chromosomensatz tritt jedes Gen zweimal auf. Dadurch kann jeder Zellkern zwei Allele eines Gens besitzen. Die werden so dargestellt. Es ist übrigens eine Regel, dass man die Buchstaben, die für dominante Allele stehen, großschreibt. So, jetzt haben wir die Ausgangssituation und jetzt kreuzen wir die beiden. Oben haben wir noch einen doppelten Chromosomensatz, aber nun bilden sich ja die Keimzellen mit einfachem Chromosomensatz. Die Keimzellen sind die Spermien und Eizellen. Und die tun sich zusammen und bilden die Grundlage für das Erbgut der ersten Tochtergeneration. Diese nennt man die F1-Generation. Am Genotyp der F1-Generation könnt ihr sehen, dass die neu entstandenen Individuen alle denselben Genotyp bezüglich dem Merkmal Farbe haben. Als kleine Übung pausiert das Video doch jetzt gleich und überlegt euch, wie der Phänotyp der Individuen aus der F1-Generation sein wird. Wenn ihr denkt, dass sie alle rot sind, dann habt ihr recht und das Prinzip der Uniformitätsregel verstanden. In einem Satz ausgedrückt sagt die Uniformitätsregel nämlich, dass wenn man Individuen einer Art kreuzt, die sich in einem Merkmal unterscheiden, für das sie aber beide reinerbig sind, dann werden die Nachkommen in der F1-Generation im Genotyp alle gleich sein. Bei einem dominantrezessiven Erbgang, wie in unserem Beispiel, und auch in fast allen Schulaufgaben zur ersten männlichen Regel, ist auch der Phänotyp für dieses Merkmal bei allen gleich. Das bedeutet hier, dass alle Erbsen in der F1-Generation rot werden. So, herzlichen Glückwunsch, du hast es bis hier geschafft und solltest jetzt die erste Mendelsche Regel sowie einige Grundbegriffe können. Das war also wirklich produktiv genutzte Zeit von dir. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr denkt, dass ihr auch in Zukunft noch Hilfe in Bio brauchen könnt. Das alles hilft mehr, als ihr denkt. Schreibt eure Fragen und Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss.